Herzlich Willkommen zurück zu Lego Skywalker Saga. Ich bin so ein bisschen zu Euren Schiffen! Dort wird er sicher sein. Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal. Aber das ist mein Schiff! Das übernehmen wir. Wir gehen den Nannenweg. Da hat's was rausgefunden. Ja. Du ziehst dich ja nie aus. Darf Maul. Sei wachsam und denke an deine Ausbildung, Obi-Wan. Oh, bin ich tot? Wo bin ich? Hallo? Ja toll! Der macht mich direkt wieder kaputt, sobald ich da bin. Oh, jetzt standst du nicht im Weg, oder? Ja, so ein Paderban hat, braucht keinen Fein mehr. Lo, ich kämpfe dir die ganze Zeit alleine gegen den. Wo bist du denn? Ich bin die ganze Zeit auf den am Schießen, aber du stehst immer im Weg rum. Ich seh nicht mehr. Warte, ich sammle dir der Zeit mal kurz einen. Ey! Kommt! Wir haben Gesellschaft. Ich verziehe. Oh! 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 entschuldigung danke ich habe sofort aufgehört doch ich dachte ich stand da drauf oder fließt das ist doch so dass du getrennt wird durch die ich soll den verfolgen aber ich komme nicht runter jetzt kommt hallo ich sehe nichts mehr dankeschön fürs mitnehmen hallo was ist mit dem toll jetzt wollte ich gerade mein leben auffrischen nein er hat mich auseinander genommen nein ich bin runtergefallen ja oder oder sie machen wir drauf für mr jump and run machen auf den dingern sind die elektrische spielt mit uns wir dürfen die nicht entkommen lassen ach so das ist wieder dass ich denke geht automatisch drauf oder du musst ersten wirklichen moment anvisieren vorher nein ich dachte du bist schon weggesprungen was für ein sprung das werde ich nicht schaffen wir müssen einen anderen weg zu empfinden aber wir können es mal ausprobieren haben wir erst mal die typen hier noch film was ist das hallo was habe ich hier im visier kannst du die da oben irgendwie mal die haben mich die ganze zeit im visier ich weiß noch nicht mal wo die sind ich habe irgendwas eingesammelt ja schieß die mal ab wie soll ich das schießen ich hab nichts umschießen ich weiß nicht wie du die ganze zeit schon schießt ok ich schaff den sprung wirklich nicht ach man ey was machst du da wo müssten wir denn hoch jetzt oder was ja wir müssen ey gehst du mal weg da ja mach das da rein ja dann würde ich ja ach das ist so ätzend wenn du mit zwei dingern arbeiten musst warte 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 auf deinen alten vater ach nee ich bin nicht dein vater nein das war was anderes du bist ja komplett daneben nee ich bin einfach nur zu schnell ist da noch einen? nein ja fallo oh äh ich bin hier auf irgendwelchen ich kann die irgendwie anheben was kann ich? zwei von fünf ach wir müssen die so komisch arbeiten mit dem Roboter hier kopf gemacht wo ist der jetzt hin? der war doch irgendwann hier da hinten den muss ich auch noch kaputt machen so dafür brauche ich die mach das doch ich glaube das sind die Putzroboter ja das sind die Putzroboter Entschuldigung äh ach jetzt ist hier noch einer? äh der fühlt mich hier die ganze Zeit im Kreis ja guck doch mal wo ich bin oh ah aua scheiße ich bin tot ich bin drüben bei ihm das wäre ja schön wenn ihr ihm ausweichen könnt oh wieso bin ich jetzt da dran? wieso kommst du da nicht raus zum ausweichen? wohin seid ihr? doch da hinten du musst doch folgen ok da kann man wahrscheinlich nichts mehr machen oh diese Schilde sind äußerst gefährlich sei auf der Hut kaputt dann werden wir sie von Handeln schon wieder wer sollt mein Padawa? nein wir werden dieses Hindernis überwinden wieso ist noch eins noch eins rein oben ja aber grün muss ich irgendwie fehlt da oben noch was nee das muss nach oben ach so ja stimmt ja das ist nicht drin wieso geht das ich habe das gerade oben reingesetzt und auf einmal war es weg ich hatte es aber gehabt aber wir brauchen das grüne aber ich habe es oben reingesetzt und danach ist es dann runtergefallen hier ist das drin hier oben kommt man da dran kann man das mit der macht öffnen oh nein ja toll sicher dass das da drin ist musst du da irgendwas machen gewinnt muss noch mal zurück warum war da eins ja ein blauer schalber ja toll nein aber hier muss man irgendwas machen da ist blau wir brauchen grünes gleiche gegenstimmen wir sind doch von unten gekommen hey geht's noch nee ja 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 man kommt das immer nur dann wenn ich springe oder was Hast du mal nach oben geguckt, ob du oben irgendwie was abschießen kannst? Nee. Aber es ist doch so gewesen, dass wir getrennt werden. Und ich zugucken muss, meine ich, laut dem Film. Ja, eigentlich ja. Ja, und das bedeutet für mich... Ach, warte mal. Ja. Ich bin doch jetzt hier unten. Ich meine, es ist klar, dass wir zu dem sollen. Hä? Boah, ey, das nervt. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal. So, warte mal. Kann man da jetzt irgendwas machen, nee, ne? Da ist das Grüne doch. Boah, ist das... Ja, das war da drinnen. Ja, das habe ich ja... Durch das Blaue wurde das aktiviert. Okay, jetzt ist es los. Oder? Erhebe dein Lichtschwert, Obi-Wan. Der Kampf geht weiter. Ey, du kannst... Ich verstehe nicht, warum du nicht ausweichen kannst. Ich verstehe nicht, warum du nicht ausweichen kannst. Wir verlieren hier die ganzen Punkte. Aber du musst doch irgendwie da raus können. Ja, weil ich gesteuert bin. Ich habe so eine dämliche Katzansicht. Ne, das ist blöd mit den Nahen. L und A. Toll. Das... Ja, ich habe mal das Ausweichen ausprobiert. Ich bin dann runtergestorzt. Denk hinab, ich werfe mein Schwert. Weg da. Ja, ich muss... Das war ich. Das war ich. So sind also zwei draus geworden. Ich muss jetzt alleine weiterspielen. Sie ist tot. Das war's mit der Gameplayerin. Sie ist die fertige Gameplayerin. Genau. Ihr kleiner Aufstand ist beendet, euer Hoheit. Vizekönig! Die Zeit eurer Besatzung ist vorbei! Wie ist dein... Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. Wir müssen was unternehmen, Erzwo! Oh! Ups! Was ist denn, das darf auch passieren, Lohus? Konnte er nicht sein eigenes Schiff nehmen? Jetzt, Dunkenkrieger. Wir sind bereit für unseren Teil. Wir sind Kämpfer! Wir sind eine Riesenarmee! General Jatja! Wir müssen zum Schlachtfeld! Jaaa! Zumindest eins haben wir! Oh oh! Das steckt! Bis! Aber unsere Chancen stehen gut! Dass wir es das nächste Mal besser machen, oder wie? Ja, Minikit! Ja, Minikit! Zumindest am Ende konnten wir nicht kriegen, weil da musstest du diese Indiana Jones-Fähigkeit da haben, weißt du, das ist die Kloppen da wegzumachen. Wie, wir können uns selber spielen! Ist das cool! Die Seite können wir spielen. Ah, ich hasse sie. So, Edeka. Jetzt, Jatja! Wir müssen zu anderen! Nein! Warum bin ich jetzt der blöde Bings? Mir ist in der Nacht! Du bist der Torfkopf! Ja, du bist der Torfkopf! Dann würde ich sagen, bevor mir gleich total schlecht wird, oder der EP mich hier kaputt macht, und uns damit die Punkte kaputt macht, dass wir uns jetzt erst mal verabschieden, weil wir schon fast 40 Minuten dran sind, und wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann! Ciao! 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 Na klar! Ja, klar! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020